Ich muss mich den Inneren gönnen, ich muss mich was Neues nehmen kommen. NEEEEEICHE! Ich muss doch mal ein Teil haben, was ich kein Getehtentan habe. Dann seid einfach pünktlich bei ihr fertig. Hoa, Michael! Michael! Was?bring dir die mit! Ja Sven! Stefan wieder. Ich bin doch vor mir stehen da ... Hallert mir einen rein. Ich warte hier in Januar mit! Alter! Oh Gott im Hild! Oh mein Gott! Ich hab die komplette Runde geche- Geil Die hatten keinen Bock mehr zu spielen Die sind einfach alle in den Sinn gestorben Sehr geil Finde ich nice? Mich auch Feier ich hart? Nicht eigentlich, aber ich hab keinen Bock mit irgendwelchen Random Mates zu spielen Warum tust du das denn? Aus Versehen! Und dafür werde ich hier gehatet Ich werde euch gehatet, wenn ich auszusehen Nicht aus der Lobby gejointed bin Ich hab nur festgehalten Ich hab nur festgehalten Die halbe Steuerung von gestern schon wieder vergesen Und zwei hatten nur gefehlt Wir sind nur bei Wir sind nur Mittäter Ich bin einfach ne Zeuge Zeuge wenn man filmt Nicht unten anwesend Was? Mach ich später ja Janik, falls es mal vor das Gericht geht Man braucht Videobeweis Wenn du filmst, dann gibt's Videobeweis Janik, lad mich mal wieder ein Danke Kann ich nicht Das ist dein scheiß Ernst Ja, wir sind gerade in der Anstalt Ja, aber kein scheiß Okay Wir sind ja wirklich in der Partie Das haben wir doch gesagt Das nimmt ja gerade ne Kiste Bist du da Sven? Ich bin das ja was Hatsch du mit den inneren können, ich muss mich was Neues nehmen kommen Neee Hehehehe Ja, dann seid einfach pünktlich bei ihr fertig Oh mein Kühl Mein Kühl Was? Ja, Sven Sven wieder Alter, ich bin doch mal versteht Alter, ich bin doch mal versteht Alter, guck, fallab mir eine rein Ich mach hier beim Januar mit Alter, oh Gott im Höhen Oh mein Gott Hahaha Ich bin ja erschrocken Hahaha Ja, mach so Alter, leider bin ich aber weggepfeffert Er ist in Faxes Jahres So Janik, ich komme, weil ich muss ja zweimal abhängen Oh mein Gott Ist er noch in der Nähe? Aktuell nicht Ja Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken Sven, lass wieder Sven, jetzt mach ich will runter vom Haken Das war scheiße egal Nein, ich brauch zwei Haken Sven hat, wir schaffen das Sven hat ein Team Sie sagt, guck mal, Scheining halten mich nicht mal Sven, komm gleich Ich hab so Angst, Sven Was soll ich denn sagen? Ich war grad nicht absolut sicher Dass er bei euch ist Auf einmal werde ich gegriffen Ich hab mich so zu Toto erschrocken Hahaha Das war das schlimmste Jumpscare-Moment, den die DVD hatte Bin ich ehrlich Ja, ich hatte es auch Weißt du, ich bin mit Scheining so ein bisschen am chillen So, ne? Wir hoffen so um die Ecke Auf einmal steht er da und messert mich direkt Ja du, ich hab die vorher schon gesehen, bin umgedreht Ich hab die gar nicht gesehen, auf einmal kommt er so um die Ecke Bah, hier bin ich Und zack Wir haben die ganze Runde gedreht, um wieder Scheining zu finden Ja, ich suche einen Gin Ja, hier ist der doch Das ist doch einer Ja, scheining, du bist in random Wo ist der doch Okay, ist der Michael? Oh Gott, der kommt doch vor uns zu Meinst du? Ja Oh oh Ja Dahinten der Joff Svenny Smoky Eyes Ja Nicht mich Nimm Sven Ich zeig dir wo er ist Nee, lass das Oh oh Da ist ein Stalker, Micha Oh nee Einen Schlag daneben Bisschen kack, Micha, weißt du das? Jetzt lass mich nicht doch eilen Was hab da Angst Hätt jetzt extra das Genick brechen müssen Smoky Nein Oh 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 Das Messer ist oben Jetzt wieder toben Mich ist der schlimmste Killer im ganzen Game Ich bin nicht ehrlich Aber auch irgendwie der Geilste Ja, das einzige der noch den Gruselfaktor rüberbringt Ich hab Freunde gefunden Ich hab Freunde gefunden Shining 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 Komm her Shining Komm her Höh Rei Könnt ihr mal ein gen machen? Martin Mach den Höh Wirłos sind herrCH Bro WeJack Ich bin halt genau in dich reingejampt Alter Warum will ich nur jetzt schlafen? Ich lasse dir einem sterben da,を damit er wieder mitspielen kann Wir müssen trotzdem Technikass spielen Viele kommen und so, weißt du doch. Ich tue den Bauch geh. Alter, warum dauert die Gänze lange? Weil er fahren hat Phobia, das siehst du unten, Sven. Ja, ich kenne die ganze Fähigkeit nicht. Guten Morgen. Je mehr verletzt sind oder am Boden liegen, desto langsamer geht das. Er splitt, der Philipp liegt nicht. Aber er kreist hier rum, wenn wir Jannik um den Tod haben. Nein, lass mich auch nicht. Sven, schnell! Bitte, bitte, bitte. Schnell! Ich will dich. Halt mich, schnell! Lass mich unter, du Dreckiger. Ich erzähl's deiner Mama. So, ja, ich muss mich stoppen. Los, 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 los. Ich erzähl's deiner Mama. Finde ich gut. Sven, du weißt, dass er sonst jetzt töten wird. Ja, er kommt, er kommt. Und mit uns meine ich erstmal nicht. Ja, der kommt doch in eure Richtung. Nee, er ist wieder abgedreht. Erst im hinteren Abteil. Zur Not kann ich auch einmal den Fluchtversuch tragen. Ich kann einmal tanken, auf jeden Fall. Hör du, wenn er jagen, musst du machen, Sven. Wenn ich, sonst bin ich tot. Ja. Links, los! Das ist rechts! Der Random ist toll, der will mich nicht mal heilen. Ja, ich komm, scheine. Sven hat Besuch. Wer bist du mit ihm? Ich bin in der Mitte der Map. Wer hat mich verloren? Ja, ich bin hier einfach nach außen gerannt, in die Ecke. Sonst, ich komm in die Mitte. Oh, er ist bis dahin. So, ich bin doch gerade erst gekommen. Mama! Sven, du schmiert? Sven, du schmiert, bin Weltmeister! Ich hab dich nicht gesehen. Ich seh alles von oben, ne? Ich seh auch alles von oben. Sven, das schaffst du nicht, der will nicht. Kumbaya, Sven. Kumbaya. Fürs Team, fürs Team. Ich seh es ja, was passiert. Ich seh mein Ende. Komm zu... Moment, er kommt zu dir, der rennt. Ich glaub, der hat hier... Wie heißt das? Barbecue? Komm. Schnell, scheine. Okay, ich hab meine Schimmer geschafft. Nein. Danke. Ich hab meine zwei Mal abhalten. Ich muss die nicht mehr nehmen. Ah, das ist wieder Stufe 2. Schnell. Los! Mit Patsch, mich! Fass mich an! Krabbelt auch nicht. Oh ja, ja, ja. Sag, ich fass mich an. Schnell weg von euch. Du wolltest angefasst werden. Du hast noch nicht gesagt, wie? Ja, jetzt... Du müsstest jetzt ganz machen. Boxen ist top. Ja, ich lauf mit... Das ist Sven, oder? Ich bin Italien. Ich hab mal gefunden. Der ist aber schon gemacht. Ich weiß. Da ist einer. So? Nee. Das ist ein Wäschekopf, da. Ich nehm den in der Mitte. Der ist safe. Oh, ich Gott. Ich höre schon wieder. Ich nicht. Ich bin in der Mitte. Der ist safe. Ich geh hoch. Er ist bei mir! Ja, du wolltest ja verstecken. Hau ab! Ich schmier auf dem Wach. Alter, Shining! Der will halt trotzdem mich! Ja, ist doch richtig so. Du kannst ja noch hängen. Ich will aber nicht. Ich hab das Gefühl, dass alle Gans, die außen sind. Okay, doch nicht. Hau ab vor mir! Sven, ich bin bei unserem Zweier-Gan gerade. Ja, ich bin ein Gen außen. Oh, ich seh ne Palette! Du lass mich los! Ich verbind's dich! Ich sag dir, da wurde alles, was du dein Leben getan hast! Äh, du ja nicht. All die Schmerzen und Taten! Es gab doch einen Charakter, der macht doch die Gänze was schneller fertig, ne? Ne. Echt nicht? Ne. Ach, schade. Das ist, das ist ja Perk-Abhängig. Ja, ja. Also, dieses Perk kann man doch auch kriegen, oder? Ne, du kannst jedes Perk kriegen, ja. Ich will nicht! Wie gut ist dieser Perk, dass das schneller geht? Da hat mir nichts Großartiges gesagt, kann das nichts unbedingt viel besser sein. Das sind Öl, welche zwei Flüsse, glaub ich, auch hier. Das ist wieder Stufe 2. Ich hab'n Gen auf 99% geschafft. Ich hab'n fertig. Jetzt fass mich an. Ich bin, ich bin, ich bin tot komplett entkommen. Hätt' ich nen Sprintbus gehabt, wär' ich jetzt down. Mann! Wo Shining ist, ist auch der Micha. Ich seh'n Parallelen. Warum will der mich? Geh doch weg! Hör auf mich! Zu Tunneln! Der hat die Liebscheid. So, komm her, komm her! Okay, ich war ja ganz scheinlich's nie. Erstmal hat der Micha gehört. Hab'n 2er-Gen wie das, wenn. Ja, ich hab'n'n gefüttert. Wo ist der denn? Äh, da. Ah, okay. Oh, 99% durfte ich nur machen. So, zweite Palette. Ein Gen noch, Sven. Was ist denn in der Mitte fertig machen? Den hier? Achso, oder den hier. Bin beim Random. Ähm, beim 2er-Gen, also da, wo er geleuchtet hat, ein weiter. In so'n kleinen Raum. Das ist der letzte Gen. Der, halbfertig. Ich muss einfach kurz mich vor Micha verstecken. Na, wo ist denn der? Ähm, der war grad in der Nähe von in der Mitte. Okay. Ja, alle kommen, entkommen grad, ne? Okay, Sven geht zum Ausgang. Ich geh' jetzt zu deiner Mutter petzen. Zu welchen? Zu einem davon. Falsche Richtung, Sven. Ja, der hat mich richtig getunnelt. Der war ein Scheinig und da war ein Janik. Und wen jagt der? Den, der gerade jetzt angehabt hat. Janik, pass auf. Der bin ich jetzt da in der Nähe. Dieser dreckige. Wo ist Sven? Der ist abgebogen. Der war grad in der Nähe von Ausgang. Ja, der ist ein, der ist quasi geradeaus weiter beim Flur. Okay, also kein Traum. Ich hatte die Hoffnung, dass er vorbei läuft, wenn ich in den Schrank geh. Ich bin im Ausgang? Ja, der Random ist auch bei dir. Wie weit ist der? Äh, ich bin jetzt bei Öffnen. Also Öffnen ist jetzt fertig. Also Schrift? Ja. Okay. Ich bin rüber. 80% würde ich sagen. Mhm. Micha! Äh, nöt. Äh, nöt. Micha mit nöt. Das ist auch wild. Jetzt nötig. Mhm. Wieso? Der will schlacken. Nein, der hält mich jetzt auf. Ja, Janik, mach grad den anderen Ausgang. Mhm. Hau einfach ab. Hm, nötig, schwierig. Ja, du, alles gut. Ich, den Cliff krieg ich sowieso. Er fährt bis zu viel. Mhm. Also er hängt ihm relativ weit weg von Öffnen auf. Ja, aber wenn er one, der ist eh one-hit. Ich hab gedrückt, aber... Ja, ja. So, Sven ist tot. Der andere ist auch tot, lauf raus. Achso, bist du schon. Hol meine Schellen. So. Immer diese Tunneler. Du musst einfach... Du verstehst das Spiel, glaube ich, nicht so ganz. Du musst dich vom Kinder fernhalten. Aber das war... Das war ein gutes... War ein Matchman? Ja, ja, ich wollte dich heilen und da kam was. Da kam der Schlitz. Okay, Pip ist drin. Pip ist drin. Ja, nee. Hat nicht mal für mich getaggt. Nee, ich wäre ja auch gestorben. War gut. Ja, aber gar nicht mehr zu, oder? Nee, da wird das konzentriert. Der ist schon mitten im Game. Oh Gott. Ich hab die weiße Abwehr. Also ich fahre hier mein Objekt durch. Ah, das ist ein Büsselstück. Jawoll. Wo gehen wir hin? Äh, die Karten-Map. Ah, nee. Keine Karten-Map. Büsselstück. Nein. Ah, die Gideons! Jawoll! Ich hab im Übrigen in der Hinsicht noch sehr viele Items. Also wenn ihr mal ne Map habt. Gideons! Erst mal runter gehen. Da haben wir noch Bock auf die Pips. Wenn mein Ohr platzt. Ich will mein Gehör töten. Na, das hat mich ja vorhin schon erledigt in der einen Runde. Ja, ich hab euch, ich hab euch schon. Ich schrei nach dem anderen. Vom Tigris kriegt man wirklich Tinnitus. Was? Von was kriegt man Tinnitus? Äh, Gideons Fleisch verdreht. Richtig geil, immer. Ich versuche ihn in die Monster an Valor reinzubringen und er, er schafft es nicht. Nee, kriegst du auch nicht. Ja, er ist noch nicht einmal versucht. Ich will, ich Spiel Monster hatte nur aus einem Grund, weil ich Spaß daran haben versuchen will. Ich will sowieso Spaß in dem Spiel haben. Ich weiß nicht, warum ich Spaß an dem Spiel haben will. Ich weiß nicht. Mach's aber unter der Liste stapelt. Also der Killer ist unten. Ach so, der ist unten. Nein, der ist oben und das ist der Trapper. Der war gerade unten. Der war gerade unten. Der ist gerade unten. Wollen wir gerade vorbeilaufen. Immer wieder dieser Liebner namens Sven. Oh, Sven Gunzig. Oh, danke Sven. Sven Gunz in seinem Gebiet. Da wird Gunz in seinem Gebiet. Hallo. Wie kannst du dich so schnell verletzen? Ja, mach das mal mit. Ja, mach das mal mit hier. Danach heilen wir dich zur Belohnung. Mach mal mit, dann heilen wir das. Aber der kommt. Nein, der ist unter uns. Hey, der unten. Der unten. Ich hab's mein... Ich hab's Pipon gesehen. Du bist auch gewesen. So Twin Scania. Die erlägt eine Falle links von Sven. Rechts von Sven. Wenn du davor stehst. Wenn du davor stehst. Ja, was mit Svens Sicht… Aus Svens Sicht… Aus Perspektive. Perspektive kommt nun mit mariert. Meins? Ist dir gar keine Falle. Ja, er ist glaube er in der Nähe. da habe gefahren ist wenn es mir gar nicht ja es oben die schweinchen ich weiß ich kann nicht aufs naja punkte scheining nicht treffen lassen wenn wir so weitermachen dann haben wir wenn einer mindestens zweimal gehangen hat haben wir dann alle james statistisch gesehen machen wir das ganz gut gerade hier oben gerade einen angetreten direkt vor mir das ist der den ich mit dem bergskasten ein bisschen gemacht habe wir sind gleich durch damit ganze sein gebiet kann man die palette nehmen danke er kommt aus der torrichtung ja der kommt gerade runter scheinen nicht kommen rechts von dir ich glaube es ist eine kiste ich hole mir das item ich habe extra den plünderer sinn mitgenommen für die statistik oder wie war das ja 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 ich fühle die statistik macht mal zu dritten gehen los macht mal er ist bei einer treppen aktuell ja mal gucken geht er hoch im gang links neben mir ist ne trap ich bin noch bei dir in der nähe ja keine ahnung in der nähe er ist quasi unter mir er ist oben über david aktuell er kommt die treppe jetzt runter ja es wenn ich komme trotzdem nicht weg weil da die falle liegt ich habe gesagt links von mir liegt ne falle ich bin tot danke nee du bist nicht tot krieg weg der jacke tanning was denn ich will dav retten holt mich hoch ja geht nicht scheinning muss jetzt die kiste ich steig die kiste gemacht was bist du für ein mate alter die kiste war wichtiger die kiste war wichtiger ich heilig ihn wieder scheinnings der kommt jetzt ne ja ok von unten von unten lauf von unten er läuft nicht die treppe hoch er läuft nicht von jetzt 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 hab ihn abgelenkt einer kannst du händen holen da ich hab ich hab fokus david hey du hast fokus ja ich hab fokus glaub ich nicht naja glaub schon jetzt nicht mehr ne jetzt hab ich nämlich fokus ja ich begradle dich keine sorge das mach ich immer gern oh wieso krieg ich eigentlich immer den fokus ab man ach ja genau das hatte ne falle ne ne er hat ja auch wieder aufgemacht unscheinlich oder ne wir gehen getrimmt ne ne ich bin ne ich bin ich bin ne ich bin ich bin Ach nein, schade. Also mit dem Controller bin ich viel besser als mit Tastatur auf jeden Fall. Da habe ich dann aber irgendwas hingelegt. Ich kräfte David hier. David ist am Mute. Der ist geragequitted vom Stream. Keine Sorge, ich mach den Schritt so lang. Pass auf, rechts ist die Falle. Da ist was in meiner Nähe. Es sucht. Es hat nicht gefunden. Aber es hat den Jen in Ruhe gelassen. Danke. Kein Ding. Es hat den Jen da unten in Ruhe gelassen. Also den könnte man weitermachen. Oben hatte ich auch noch ein Gänsehälfte fertig gehabt vorhin. Entschuldigung David, Entschuldigung. Jetzt fokuss mich aktuell. Mach dir. Ich habe eine Karte aus der Kiste gesammelt. Wenn ich damit jetzt einen Punkt mache, seht ihr den? Würde ich mich bemerkbar machen bei euch? So. Oh. Oh. Sven, was wirst du? Wückel dich. Wückel dich frei. Ne, reicht nicht. Schade. Nein. Herr kommt Sven. Nein. Ich habe auch einen Wert gefangen. Werden gefangen. Nein, ich habe mir geboren. Nein, ich habe mich bewerben. Nein, das begrabbelst mich. links von mir ist eine falle und ich komme in den keller genau da wo er steht ist die falle ich weiß ein schlag daneben aber das war es gleich er geht wieder hoch mit mir was tut er ja das liegt nicht an mir ich will das halt unten ich mache das mit dem ginger ja ja weil ich ja schon hört bin ich bin auf dem weg ich warte jetzt er in runde ich habe gedauert aufgewartet ich habe genau darauf gewartet genau darauf aber habe ich gut gemacht auf einmal da oben war es jetzt in eine richtung von dem der griechmodus wahrscheinlich war da schlechte falle links von mir und schlechte falle rechts von mir ja wahrscheinlich genau da ich sehe es aber der ist halt da hinten ja ja alles gut scheining nein scheining farm ab ich mach ausgang du lässt ihn in ruhe scheining ich hab's versucht mit dem du mich abfarmst nein doch also du hast gesagt ich soll dich retten ich hab dir gesagt der ist dahin ich hab nicht gesagt ja natürlich retten aber nicht abfarm ich hab gesagt alles gut ich kann ja noch ein bisschen das ist das andere retten diese andere retten diese andere retten ich wollte dich blocken ich wollte dich blocken ich wollte dich blocken hab ich gesehen das ist diese andere retten final round ja final round das scheint nicht mehr richtig dann dich dicktiller hat auch keine lust schauen oder soll das genau sein ne damit er musste noch rumstehen weil er unsere items gesehen hat schlüssel das machen die auch das ist medizin kasten ich denkmal dass er mich jetzt im fokus haben wird oh gott schwarze seilstarm hoch oh gott Jäger 50% mehr oder bonus ich habe schon gesagt dass die stadt ich wusste dass ich eine schlechte map style habe ich auch gedacht kommt dann ich arbeite nur gegen die ist gewonnen die ist längst angewöhnt ich glaube wir sind gerade vorbeigelaufen die rest seiner ich weiß noch mal mit der luke merken mehr gänz als überlebende gemacht was kann damit mehr gänz überleben ich habe nur gesagt dass du laufen solltest also bei fünf beispielsweise und die aber bei vier wenn ein überlebender tod doch bei fünf sparen sie auch wenn alle gemacht sind wenn alle gemacht sind dann ist er auch da der hobbylose ja aber hier auf der map kann der nix durch die fenster zu bringen jetzt bin ich so nett und sagt was ich sage sogar und da hört mir dann keiner zu ich glaube ich glaube es ist der boba ich glaube es boba scheining ist das boba ich weiß es nicht welche kenntensägen man ist hat denn jetzt ich glaube die billi ok was krass wenn man beide keller darin also gleichzeitig mit zwei keller und dann beide bekettensäge scheining regelt ich habe mich schon verloren wie war das neuer gänz 2 prozent ok kann der mal von mir weg gehen ich mag stalker nicht der ist bei mir die mein gen getreten unser geld ist fertig naja fokus mich jetzt ich tausche meine schüsse gegen die tasche ich habe hier eine kiste aufgemacht mit einem grünen schlüssel weil ich ihn haben will ich weiß inwiefern wo dein gen war ich komme auch gar nicht zum gen machen weil der boba ständig bei mir ist hat er mich verloren ich bin einfach nur um eine ecke gerannt und der war weg der läuft mehr der läuft einen stumpf hinterher ich habe ihn schon eine halbe ewig ich kann mal ausdenken und wo kommt er vor ich weiß nicht der steht hier gerade im gang und sehe ich noch den Sven ja warte 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 ich wollte nur gucken wo er ist jetzt bist du raus du bist aus dem team gewartet worden jetzt bist du von der er hat mich keine rose für dich er hat mich er will lassen david nein ich habe einen neuen gen gefunden ein paar meter weiter wo bringt der dich denn ganz hin in den keller so weit geht das schon hier bin ich für mich brauchen ein paar punkte danke ey ja warum das ist ich dein ernst der andere ist auch da ja deswegen habe ich ja gefragt warum upsi upsi ja du drei leute werden gerade gejagt mehr oder weniger ja boba weiß noch nicht wie ja weiß er echt nicht boba ist echt nicht gut das haben wir den unsere zwei low level zu verdanken das ist nice ja bitteschön das wäre dann nice scheinigen nein ja da muss sag ich schon mal nicht vielleicht kennt der nur den keller ich suche mal den gen also wenn ich jetzt den geld fertig habe müsste doch die luke spawn oder ja wie gesagt wenn mehr ganz gemacht als die leute noch leben ok also hier gleich stand und gleich stand teils ist noch ist noch nicht in unsere richtung ich versuche ne der kämpft bei mir ja cool komm zu mir komm zu mir ja Sven hier ist ein gen komm ich hab das ding reingeworfen ich will es einmal versuchen ich hole einen runter bist nicht mehr bei mir ok ich mach den letzten gen ich komm gleich wieder zu dir ich muss eben keinen rennen der ist wieder bei mir treining halt durch ja tue ich wieder bei mir renn wieder gegen mein gen renn 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 läuft wieder zurück lock mich doch nicht ich will weg ja recht von mir Sven block gerne btw mhm er kommt ich bin bei der hälfte jannik ich bin bei 80 ok dann weg wu 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 ich geh jetzt um einen ausländstor und heim mich selber wenn ich schon in seine kasten habe ne wie gesagt mach das und fertig Sehr schön Ja ich schau mal wegen der Lupe, falls wir sie finden, kann man auch durch die Lupe abbauen hier Rügel. Jetzt bei einem Ausgang auf jeden Fall? Bei dem Hinterrin, ne? Kannst du noch nicht sagen, bei den Büros so. Wirst du gejagt? Nicht wirklich. Wirst du mich dann wenigstens heilen? Weil ich bin tot, wenn er mich kriegt. Ja, wo bist denn du? Achso, du meinst mein. Ja mit sowieso 2. Ja mit du kannst du jeden meinen. Ja. Ja aber es gibt ein paar Infos kleben, wer da vor mir ist. Er fokuss mich wieder. Ausgang, Rezeption ist fast offen. Er ist bei einem der Ausgang, ich logge ihn gerade in die Mitte. Ausgang, Rezeption ist 99. Okay wir sind Rezeption. Und hier ist auch die Luke. Hier ist die Luke. Ich bin schon dran. Ich krieg nen Schlag gleich. Krieg nen Schlag. Ihr seid nicht Rezeption, nur mal so. Ihr braucht ja auch Rezeption. Ja ich bin auf der komplett anderen Rezeption. Ja dann die andere Rezeption. Schnell! Mach! Ich bin einmal rum. Nein, der Juhus Mocki! Der andere Ausgang ist auch offen. Ja, belastend! Ich komm! Ich komm! Nein! Belastend! Belastend! Sven schaffst du's oder sag ich? Daffi, nein! Sven! Tänk, schlag! Sven mach weiter hoch! Nein! Oh Gott! Nein! Sven! Sven aufhört sich komplett. Geh durch die Luke, ich ist recht verdient! Sven! Nein! Doch! Scheidig! Hol mich runter jetzt! Scheidig ist auf der anderen Seite der Map! Ja, ich renne grad. Das wird schwierig. Wo ist die Luke? Also ich frag für den Freund? Geradeaus weiter in dem Raum rechts von der Rezeption, äh links von der Rezeption. Aber er kann die ja nicht öffnen, oder? Nein du bist, du gehst falsch! Achso, achso. Entschuldigung. Die Richtung genau. Und dann links davon der Eingang. Er kann die doch nicht im Liegen öffnen. Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Nein! Links auf der anderen Seite Sven! Ich hab's versucht. Ja, easy. Ich hab's versucht. Ich hab's, ich hab's versucht. Ich hab's, ich hab's. Alles gut. Ganz witzig. Okay, mehr kann ich auch nicht machen. Scheidig doch! Du bist so ein Lukischer, Alter. Du mich hängst schon doppelt. Ja, ich häng jetzt zum ersten Mal doppelt. Du hättest locker Sven retten können. Nein, ne, dich nicht. Der hätt mich einmal schlagen müssen. Ich werd weg gewesen. Janik, ich hoffe, das bleibt in deinem Gedächtnis, dass ich nicht für dich Opfer, ja? Sven wieder aufkommen. Du kannst David nochmal holen. Kannst du mich nochmal holen? Scheidig schnell jetzt! Sane los! Ich heim mich grad einmal. Nein! Scheidig! 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 Scheidig mal, Alter! Wenn ich sage, hol dich, dann hol dich! Der kämpft da! Der kämpft nicht! Der guckt Sven an! Sag ich doch, der kämpft! Sven tut mir leid! Scheidig! Teamplaser! Scheidig, geh hinter mich! Es backt bei mir grad! So, schön! Draußen! Danke! Sven, hier 4% schnell! 4% Sven, du hast die Möglichkeit! Scheidig noch nicht rausgehen bis 4%! Schade! Jetzt kannst du raus! Wenn der da mal weggehen würde, dann würde ich es ja versuchen! Naja, geht aber nicht! Der will wenigstens einen! Tut mir leid! Ja! Hey! Hey! Soll ich ihm den einen eben noch gönnen? Nee, gönnt ihm nichts! Das ist ein Lucha-Killer! Dem darf man nichts können! Scheidig, Alter! Du mit deinem! Ich scheidig mal kurz, Alter! Ja, ich dachte, er kommt noch mal zu dir zurück! Das siehst du doch! Wir haben doch verwandt drin, oder nicht? Nee, ich hab erst dann das gesehen und da war ich schon halb fertig! Halt, halt! Da wollte ich dann durchziehen! Aber Rang 8? Das wundert mich jetzt wirklich! So hat er nicht gespielt! So wie er gespielt hat, bis ist er auf Rang 8 gekommen, hat man ihm die Siege geschenkt? Scheidig hat er ein paar Pharma-Lobbys gehabt! Nicht beim Pip bekommen, ey! Frech! Und ich hab's nicht verloren! Sven, du wolltest ja auch nicht überlegen! So! Das war geil! Schiefer! Vor allem hat's man jetzt nicht! Ich fand's super winzig heute! Hat viel Spaß gemacht, Leute! Vielen Dank! Gott, ey! Warum spiel ich noch?! Oaaaah.... Wow. Bis zum nächsten Mal.